Ja, hi Leute! Wir haben was ganz Besonderes für euch, denn wir haben ein richtig fettes Gewinnspiel mit Preisen im Wert von über 1000 Euro, denn wir haben unsere 5000 Abos irgendwann mal erreicht und davon wollen wir jetzt ein Gewinnspiel machen. Da wir so viele tolle Sponsoren finden konnten, haben wir es geschafft, richtig geile Pakete zu spüren mit unterschiedlichsten Sachen. Bei diesem Paket ist für jeden etwas dabei, ob du Spinnangler bist, Baitcastangler, Fliegenfischer, mit einem Boot oder Ballyboot unterwegs bist, wir haben für jeden von euch ein richtig fettes Paket dabei mit unterschiedlichen Sachen und die stellen wir euch gleich vor. Unter anderem findet ihr bei uns in den Paketen Hupen von namhaften Herstellern wie Quantum, Vestin, LMAB und dazugehörige Rollen, Köder, alles was das Herz begehrt. Unter anderem haben wir von Technik fürs Boot einiges an Merch bekommen, so wie Cappies, T-Shirts und als Highlight diesen Emo-Qual. Und selbstverständlich haben wir auch ganz viele Kunstböder unterschiedlicher namhafter Hersteller in den Paketen dabei. Die genauen Gewinne und von welchen Sponsoren wir das bekommen haben, das werden wir in den nächsten Tagen auf unserer Facebook-Seite und unserer Instagram-Seite bekannt geben. Deshalb schnell abonnieren und Ausschau halten. Und außerdem, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, habt ihr mehrere Chancen, um ein Los zu bekommen. Abonnent auf YouTube sein und da einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Oder aber, ihr hinterlasst einen Kommentar auf dem Instagram- oder dem Facebook-Gewinnspiel und seid natürlich Abonnent. Wenn ihr eins davon erfüllt habt, bekommt ihr jeweils ein Los. Insgesamt habt ihr die Chance auf drei Lose. Das Ganze werden wir euch auf unserer Webseite www.angelmitstil noch einmal genauer erklären und ansonsten Feuer frei mit den Kommentaren. Wir freuen uns auf rege Beteiligung bei diesem Gewinnspiel. Bis dahin. Bis dahin. Das ist gut.